Das ist gar nicht so einfach, ne, wenn so ein spannendes Match zuvor läuft. Wie hast du das erlebt, jetzt jedenfalls. Wie ist das für euch Spieler vor so einem richtigen Match? Ich denke, man konnte das Match sehr gut anschauen und er hat einen sehr guten Job gemacht und es ist super, dass ein dritter Deutscher drin ist. Inspiriert dich sowas, weil du auch die Stimmung mitkriegst da draußen und mir hat es Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. In Deutschland zu spielen vor so einem tollen Publikum ist immer alles schönes und von daher hoffe ich, dass die Stimmung gleich genauso sein wird. Das ist wirklich gut. Danke. Hi, Vicky. Welche Art von Musik soll man relaxen? Man kann es nicht hören. Was ist das? Was ist das speziell? Es ist nur die Dance-Musik, um mich zu machen und zu machen. Das ist nicht so einfach, denn es ist ein langer Tag. Es ist ein langer Tag, um den Rhythmus zu machen und man nicht weiß, wann du startest. Ist das einfach für dich oder ist es manchmal schwer zu spielen? Das ist für alle, es ist das gleiche. Wir müssen einfach aufpassen, um die Zeit besser zu machen. So, das ist es für alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie in Vries. Julia Jörgels, Deutschland und Viktoria Nazarenka, Weißrussland. Vielen Dank.